Hallo ihr Lieben, Christian Schoenmeyer, Paterapeut bzw. Coach, Diplompsychologe und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Wertige, Beziehung und Liebe. Heute eine etwas schwierige Frage, wie ist das so mit Täter-Opfer-Energien? Ziehen die sich gegenseitig an? Frage von der Zuschauerin, du kannst auch solche Fragen stellen über ein Kontaktformular über www.liebeschip.de. Dort gibt es auch meinen Verlustangskurs, der morgen losgeht, neben den zig anderen Kursen. Wenn du dabei sein willst, größte Kursstart mit Abstand, den wir hier hatten. Und genau, noch zum Frühbauerpreis heute. Ja, hallo lieber Christian, ich habe mir dein Nothilfe-plus-Spiritualität-Kurs gekauft und arbeite es durch. Über ein Thema stolper ich immer wieder. Du sagst zum Beispiel, Opfer-Energie zieht Täter-Energie an. Also wenn ich Opfer bin, ziehe ich Täter an, weil das Universum um Ausgleich sorgt. Jetzt frage ich mich, was ist, wenn ich positive Schwingungen aussende, wie Lebensfreude, Seelenfriede, Stärke, ziehe ich deinen Menschen Ereignissen an, die den Gegenpol darstellen? Wie Schwäche, Ärger, schlechte Laune und so weiter. Ja, gut, sehr gute Frage und auch gut, dass du mir hier nochmal Gelegenheit gibst, ist glaube ich ganz wichtig, da was zu zu sagen, dass es auch nicht falsch verstanden wird. Also ich will auf gar keinen Fall sagen, dass irgendjemand, der was Blödes erlebt, weiß ich nicht, dass er sich das, dass er so doof ist, sich was Schönes zu manifestieren, was ja manche Spirituelle sagen, und einfach gefailt hat. Und ja, du hast ja halt nichts Tolles manifestiert. Warum, warum, warum manifestierst du dir nichts Lustiges? Ist doch alles so lustig, das Leben? Und ja, also das will ich auf gar keinen Fall sagen. Ich glaube, ich schalte doch nochmal die Kamera um. Moment, deswegen ist das so komisch. Ja, guck mal. Ja, also das will ich auf gar keinen Fall sagen. Ich könnte ja mal sagen, welche Kamera besser ist. Gute Frage. So, weil das, das ist für mich so spirituelles Gaslighting so, ne? Ja, hast einen Unfall gehabt. Wie hast du dir das manifestiert? Also dann ist man sozusagen immer, hat man nicht nur was Blutes erlebt, sondern auch noch irgendwie die Scham darüber, dass man sich das selber manifestiert hat. Also das meine ich auf gar keinen Fall. ähm, aber es ist tatsächlich so, äh, das ist ja auch immer schwer, das in gute Worte zu packen, sag ich mal. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass, ähm, Menschen, die viele Opfererfahrungen haben, suchen sich manchmal unbewusst wieder Menschen aus, die sie wieder in schwierige Situationen bringen, ne? Vielleicht muss ja nicht immer gleich eine Riesensache sein. Ähm, ja, warum? Gut, das weiß man ja schon in der Psychologie, äh, ein bisschen, ähm, obwohl das immer noch für mich manchmal Mysterium ist, aber, äh, der, dieser Wiederholungszwang, äh, beziehungsweise das Alte wirkt halt irgendwie vertraut und man sucht das unbewusst wieder oder man hat, ähm, kleine Drama, Addiction oder, 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 oder. Also das führt, äh, schon dazu, also das würde ich tatsächlich schon sagen, dass das Universum uns häufig matcht, sag ich jetzt mal, mit jemand anders, aber das betrifft alle möglichen Sachen, das betrifft auch introvertiert, extrovertiert, äh, nett, weniger nett, äh, schnell, langsam, also ich meine, auch wenn viele Sachen in Beziehungen häufig ähnlich sind, dass wir ähnliche Hobbys haben, gibt's immer so ein paar Dimensionen, wo man komplett polar ist oder auch Polarität, Mann-Frau-Polarität. Ähm, ja, also insofern, äh, gibt's da manchmal ein Match und das ist auch nicht nur, also das Universum schreibt uns das nicht vor oder so, überhaupt nicht, sondern, ja, wir sagen auch häufig Ja dazu, weil wir das, also bei manchen Themenfilmen ist einfach interessant, wenn ich introvertiert bin, denke, der hätte ich gerne extrovertiert und bei manchen würde uns sehr gerne rausarbeiten, das ist ja auch das ganze Liebeschip-Thema, aber fällt uns halt schwer, weil es sich so vertraut anfühlt und das ist für, ähm, Menschen, die jetzt, ähm, im weitesten Sinne Täter sind, das ist vielleicht auch ähnlich, dass die sich irgendwo jetzt bewusst, unbewusst auch Menschen suchen, die als Opfer geeignet sind, sag ich mal so, ne, jetzt kann man spirituell sagen, aber also meine spirituelle Phase ist gerade so ein bisschen auf dem Tiefpunkt, aber, äh, also nicht, dass die gar nicht mehr da wäre, aber jetzt kann man natürlich sagen, ja, ähm, wir nehmen hier bestimmte Rollen ein und das ist unser Arschengel, also wie Beetz das zum Beispiel sagt, ne, und, ähm, ja, kann man, kann man sagen, kann man auch lassen, ähm, ich finde es halt vor allen Dingen immer gut zu überlegen, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, zu überlegen, äh, gibt es in mir Täteranteile, die ich gar nicht sehe, das finde ich persönlich hochspannende Frage, wir gucken immer nur darauf, ah, ich bin Opfer, wie ziehe ich einen Täter an, aber mal drüber nachzudenken, das ist ja auch in meinen höherklassigen Kursen, sag ich mal, Thema, habe ich vielleicht eigene Täteranteile, die Täter anziehen, die ich vielleicht gar nicht sehe, weil die Opferanteile sehen mir häufig immer leicht, die Täteranteile sehen mir nicht so leicht, deswegen kommt es ja so oft vor, wenn jemand, nehmen wir mal an, da kommt ein Paar zu mir, äh, also nicht, dass ich mit toxischem Paar, mit Paartherapie machen wollen würde unbedingt, aber, äh, nehmen wir mal an, das wäre so, oder es ist auch schon vorgekommen und da kommt jemand und sagt, ja, ich bin der Opfer, das, das ist der Täter, so, ne, alles klar, und dann sprichst du mit denen, du machst Einzelgespräche mit denen, äh, bemühst dich da, sich so gut wie geht einzutauchen und findest es da manchmal von aus, dass manchmal nicht mehr so klar, wer ist Opfer, wer ist Täter, ne, und auch die vermeintlichen Täter sehen sich häufig selber als Opfer, also wer, wer sieht jetzt was, äh, zurecht, also ich glaube schon erstmal von außen, finde ich schon, dass es so, wenn man unbeteiligt ist, dass es schon sich so Rollen zeigen, die so, oder Tua, Lassa, könnte man auch sagen, und die auch darüber hinausgehen, was die Leute denken, was für eine Rolle sie spielen, weil, wie gesagt, in vielen, gerade der toxischen Beziehung denken eigentlich immer beide, dass sie das Opfer sind und auf eine Art sind sie das auch, finde ich, und trotzdem gibt es, äh, unterschiedliche Rollen in diesen Beziehungen, ne, äh, ja, das habe ich richtig weit ausgeholt, aber das glaube ich immer wichtig, wichtig bei dem Thema, also insofern, ja, wir, wir dadurch, oder man sagt in der tiefen Psychologie ja auch, wenn ich Opfer geworden bin in der Kindheit, habe ich auch so ein Täter-Introjekt, also viele, die Täter werden in einer bestimmten Art und Weise sind vorher immer Opfer gewesen, so, deswegen ist dieser, äh, ist schon so ein Gegensatzpaar, sag ich mal, und viele, die so länger, äh, mit meinem Material arbeiten, merken ja auch, boah, es gibt auch Konstellationen, wo ich so ein bisschen Täter werde, so, ne, und, und merken auch, hey, es ist nicht nur eine Rolle immer besetzt, ähm, insofern, ähm, ja, hoffe ich, dass, dass das mal klar ist, so, weil wenn ich jetzt aber so nett Liebe und Freude ausstrahle, äh, hole ich mir dann Ärger und schlechte Launen ins Leben, nee, weil sozusagen, also, man wird jetzt so energetisch, würde man jetzt sagen, ich hoffe, ich, eine gute Formulierung, kann man jetzt sagen, wenn du lange eine toxische Beziehung führst mit jemandem und du bist, siehst dich als Opfer und siehst den anderen als Täter, dann habt ihr irgendwo ein Match, irgendwo eine energetische Übereinstimmung in diesem dunklen Thema, ne, sei es, dass man irgendwas wiederholt aus der Kindheit, äh, was auch immer, also es gibt irgendwie ein energetisches Match, so, ne, und das gibt es aber auf beiden Seiten, ne, deswegen, wenn, äh, ist es manchmal vielleicht schöner, von einer hohen oder einer niedrigen Energie zu reden, das ist ja auch in meinem ganzen Buch, Neue Dimensionen der Liebe, was ein bisschen schwierig ist zu lesen, ich weiß, versuche ich das ja auszubilden, dass, äh, in diesen 3D-Beziehungen, in Dramabeziehungen sind eben beide auf der gleichen Schwingungsebene, in diesem Moment, es kann sein, dass sie in anderen Lebensbereichen auch höher schwingen, so, äh, und treffen sich dann in dem Moment auf dieser Ebene, so, wenn du aber sagst, hey, Glück, Liebe, Selbstliebe, dann schwingt das auf einer höheren Ebene und eben nicht auf dieser 3D-Drama-Ebene und ich, also, ich finde auch das wie einen falschen Satz, dass du dann instantly, ähm, Menschen anziehst, äh, die jetzt auch so sind, ähm, also, wenn man das spirituell argumentieren würde und ich sage das jetzt mal so ganz vorsichtig, kann man machen, kann man lassen, kann man eigentlich immer sagen, jeder Mensch, der in dein Leben kommt, zeigt dir, dass es da ein Thema gibt, so, es kann sein, wer bringt mir denn dieses Thema, ist es Zufall, meinetwegen ist es, ähm, irgendeine Anziehung, meinetwegen ist es irgendwie ein Lebensplan, den wir vielleicht mitgebracht haben, äh, der aber garantiert nicht fertig geschrieben ist, das bin ich mir ganz sicher, ähm, ja, irgendein Thema, äh, was, wo du noch Täter, Opferenergien, was auch immer auflösen darfst und wenn gerade keiner kommt, dann gilt es vielleicht das Thema Einsamkeit aufzulösen und, ähm, wenn du gerade ganz viel Geld hast, gilt es das Thema Fülle, äh, zu akzeptieren oder, also, ich glaube, es ist immer alles, ähm, wir müssen uns da jetzt auch keinen Stress machen oder nicht so verkrampft durchs Leben gehen, aber jeder, der dir begegnet, ist eine neue Aufgabe oder auch eine neue, kann ja auch eine schöne Aufgabe sein, so. Und insofern habe ich am Anfang gesagt, nein, auf gar keinen Fall manifestierst du dir irgendwie so ein Dreck und hast auch noch selber Schuld, ne, also, aber, äh, es gibt manchmal auch ganz seltsame, ja, Zusammentreffen, wo man so denkt, Mensch, irgendwie hat er wohl was gematcht, manchmal auch auf eine schlechte Art, aber es gibt ja eigentlich keinen schlechten Gut, weil auch in toxischen Beziehungen kannst du dich ja rapide schnell weiterentwickeln, das kann der kürzeste Weg sein zu einer krassen Weiterentwicklung, also insofern, boah, es ist manchmal sogar vielleicht gut eine toxische Beziehung, ne, nicht, dass man die jetzt aktiv führen sollte, aber ich wollte nur sagen, die können ja auch super viele gute Aspekte haben, so im Nachhinein und, äh, insofern, ja, ist auch alles eine Chance irgendwie so, ne, habe ich heute gelesen, dass die Navy Seals, also diese krasse Militärgruppe da in den USA, ähm, ich weiß nicht, wie man das jetzt exakt auf Deutsch übersetzt, aber immer, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, dann sagen die immer so, ja, lass uns aus der Scheiße Gold machen oder, oder, äh, jede Widrigkeit hat so ihren, ihren Vorteil, ne, sagen die sich dann immer so mit so einem Wort und finde ich irgendwie cool, finde ich eine gute Einstellung durchs, durchs Leben zu gehen, hey, jede Widrigkeit, äh, kann ein Vorteil verwandelt werden, so, ne, und, ähm, genau, ja, was wollte ich denn noch sagen, was wollte ich noch sagen, also, insofern, ja, man kann es jetzt, wie gesagt, spirituell sehen, muss es nicht, ähm, spirituell sehen und, äh, ach ja, das wollte ich noch erzählen, genau, also, was ich zum Beispiel mal erlebt hatte, ist, ähm, habe mal jemand kennengelernt, der hatte in einer ganz bestimmten Straße, also ganz bestimmten Ort, in einer bestimmten Straße, in einer bestimmten Stadt einen sehr schweren Unfall, so wirklich schwer, ne, schwer verletzt worden, äh, lange Reha und, ähm, traumatisiert für diesen Unfall, ne, ja, ist eigentlich zum Lachen, aber das ist so absurd, was dann passiert ist, also wirklich schlimm, so, ne, so, und dann ein Jahr später, also während in dieser Aufarbeitung dieses schlimmen Unfalls, äh, die dann auch irgendwo nicht so richtig weiterging, hat diese Person in der gleichen Straße wieder einen Unfall, war diesmal als Beifahrer, das heißt, konnte überhaupt nichts dafür, gar nichts, hatte aber wieder einen Unfall, diesmal so leicht verletzt, so, ne, und wenn du das dann hörst, dann denkst du, was, sorry, das kann einfach kein Zufall sein, ne, also das ist so absurd und konnte dann diesen zweiten Unfall nutzen, weil dann nochmal ganz viele Themen hochgegangen kommen sind bei ihr, äh, den ersten Unfall zu verarbeiten, ne, also so funktioniert, glaube ich, manchmal ist es crazy, aber wie gesagt, ich, ähm, ich finde ja viel, äh, so, in, äh, vor allem auch Social Media, viel spirituelle Inhalte so dunkel, deswegen bin ich immer mittlerweile so vorsichtig da überhaupt, weil das kann so leicht benutzt, äh, werden, ähm, ja, Menschen, also wirklich so sektenartig, äh, irgendeinen Scheiß zu erzählen, dass sie sich noch viel schlechter fühlen und, äh, ne, gewichtigen Kaninchenbau, äh, zu schicken, wo, wo sie meinen, sie werden mit irgendjemandem zusammen, mit dem sie gar nicht zusammen sind und das ist aber ihr Seelenpartner und müssen eben noch 50 Jahre hinterher rennen und, obwohl er gar zu ihnen will, also es passiert da so viel Dunkles, dass ich mittlerweile manchmal so denke, manchmal ist es auch vielleicht einfach besser, einfach sich auf den Boden des gesunden Menschenverstandes und der Psychologie zu setzen und alles andere so ein bisschen mit Vorsicht anzugucken und wenn man, wenn es einem wirklich was nützt, ähm, diese Tools, auch spirituelle Tools, äh, kann, gibt's ja durchaus, gibt vorragende spirituelle Tools, ähm, da, dann ohne viel Brimborium, die für sich anzuwenden, ne, fertig, ne. Aber ansonsten, also für mich wirklich, ich bin ja auf so einem Journey, also ich bin ja extrem katholisch erzogen geworden und, äh, hab da jetzt wirken kannst, also, ne, doch, ich hab da auch drunter gelitten, weil, wie gesagt, diese ganzen Strafandrohungen und so, aber ich sag mal, die katholische Kirche hat mir jetzt wirklich mir persönlich nichts getan, sondern ganz im Gegenteil, meine, meine Kindheit wirklich an vielen Punkten, äh, wirklich, äh, hell erleuchtet, sag ich mal, ähm, und, aber wenn man so mit ein bisschen Abstand draufguckt, kann, muss ja schon was froh sein, dass, äh, nichts Schlimmeres passiert ist, also, äh, und auch nicht nur katholische Kirche, weil sehen wir jetzt hier Buddhismus, also seitdem ich da anfange, drüber zu lesen, finde ich immer mehr und ich finde einfach nur noch, vielleicht sollte man einfach einen ganz weiten Bogen machen, um irgendwelche institutionalisierten Gruppen, Sekten, äh, Religionen und, weiß ich nicht, einfach so ein eigenes Ding machen oder so, ist vielleicht sicher, aber in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder, ciao ihr Lieben!